Herbstlicher Genuss Porridge mit verführerischem Brathapfel Zutaten 1 Tasse Haferflocken 2 Tassen Milch oder pflanzliche Milch 1 Brathapfel 1 Teelöffel Zimt 1 Teelöffel Honig oder Ahornsirup Optional Nüsse, Rosinen oder andere Toppings Nach Wahlzubereitung ersten Haferflocken und Milch in einem Topf zum Kochen bringen und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren etwa 5 Minuten köcheln lassen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Zweite, in der Zwischenzeit den Brathapfel vorbereiten, den Apfel waschen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Dritte, den Brathapfel in einer Pfanne mit etwas Butter oder Öl anbraten, bis er weich und leicht gebräunt ist. Den Zimt hinzufügen und gut vermischen. Vierte, den fertigen Porridge in eine Schüssel geben, den Brathapfel darauf verteilen und mit Honig oder Ahornsirup beträufeln. Fünfte, nach Belieben mit Nüssen, Rosinen oder anderen Toppings garnieren und sofort servieren. Guten Appetit! Das ist ein Zimt hinzufügen, das ist ein Zimt hinzufügen. Vielen Dank.